Ja, passend zur aktuellen News wollen wir euch heute mal ein Projekt der Security Research Labs GmbH aus Berlin vorstellen. Das ist hier eine Karte, bei der man einfach mit der Maus über die verschiedenen Länder gehen kann und sich anzeigen lassen kann, wie unsicher die GSM-Netze der verschiedenen Provider sind. Wenn man das mal hier für Deutschland macht, dann kann man sehen, dass T-Mobile den größten grünen Bereich im Kreis hat, also anscheinend am sichersten ist. Das liegt laut dem Firmeninhaber daran, dass T-Mobile am meisten Kapazitäten im Netz hat. Volafone und E-Plus liegen hier relativ gleich auf und das Schlusslicht, was die Sicherheit von GSM-Netzen angeht, ist hier O2. Das kann man hier in jedem Land sich anschauen, auch für Frankreich zum Beispiel oder Italien. Diese ganze Karte ist unter anderem deswegen entstanden, weil die Firma versuchen will, so ein bisschen Druck auszuüben, auf die Provider in die Sicherheit ihrer Netze zu investieren. Da ist wohl schon längere Zeit nicht mehr viel passiert. Jedem ist ja bekannt, dass GSM-Netze leicht zu knacken sind. Man kann Gespräche abhören, SMS abfangen und im Namen anderer Leute jemanden anrufen oder eben SMS verschicken. Damit hier sich mal ein bisschen was tut, ist es glaube ich ganz gut, wenn man so eine Geodatenbasis hat, wo man nur sagen kann, okay, guckt euch mal an hier in Deutschland, da sieht es für O2 ganz schlecht aus und für T-Mobile, die sind relativ sicher, auch nicht ganz sicher. Ja, das Ganze findet man unter gsmmap.org. Könnt ihr euch selber mal anschauen dort, ist sicher ganz interessant. Wir sehen uns, dass du jetzt auf ninguna Stunde durchgewehrt Courto Olivorsons停imento stand... Und dann ist es sicher, dass es im Vergleich zum ersten Hanimmer liegt an und es geht um das neue dire queria-orientierte Normand speakersきonentório-An potsherlen ist. Und dann haben die An Edition.